Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Ruins of the Reckless, Ruin of the Reckless, okay, ein roguelike Brawler, mal sehen, sieht man das aus, hello little one I've been expecting your arrival, well don't just lie there I'm a very important spirit you know oh well I suppose you can't be blamed you were alive and now you're dead, okay anyway it's time for your existential crisis all humans do it so get it done already okay don't feel better good let's move on now my apologies I have not even introduced myself yet I'm the one the one they call the whisperer and this place this my friend is your new prison motion this is the Ruin of the Reckless no point wasting your time here little one there's only one way of this place and that's to climb to the top and get your wish granted that's right a wish if you get to the top that is you look like you'd like to try Sicher wollen wir es versuchen, gimme a moment Ausnahmeswäße okay eröffnet scheinbar ein paar Portale oder sowas the lower gateway will take you to an associate of mine he will show you everything you need to start climbing okay in tutorial the upper gateway will take you to the first floor of the tower be warned the spirits in this place will show you no mercy ich zeige auch keine Gnade mit ihnen for now check in at the lower gateway to get your bearings ja uh was ist das until next time little spirit war das genau von der Aufnahmesoftware jetzt das Zeugenweg aber oh da sind ein paar Sachen okay der linke trigger ist so ein kurzer dash linker button ist noch nichts rechter button ist so zuschlagen rechter trigger da brauche ich auch noch irgendwas b keine ahnung tja gehen wir mal da rein pulle was learning an ups aha das ist scheinbar mein weg nach oben was bist du hi there newbie new by newbie my name is pauliva welcome to the rune of the reckless come here i want to talk to you bin schon da now i know you're probably scared but don't be spirits like us can thrive in this place you may already be dead but right now it's time to look alive so shape up and listen to me the gui is in the top left das haben wir schon gesehen the big number is your health also 5 von 5 and the rest shows you which gear and items you have check it out if you're even confused if you're ever confused during my lesson try looking up at the gui when you're ready go open the gate over there okay gehen wir hin einmal aufmachen bitte ah ja okay how did i get over there so fast oh you poor naive thing by the way we're gonna be best but so i got your present yeah it's right over there inside the treasure chest to open it already yeah machen wir schon poison of spell book charges who could have imagined a potion of spell charges what are you waiting for pick it up jawohl now you gotta drink the potion bro check out the gui your consume button is durating also b gain spell charges jetzt habe ich mit dem rechten trigger kann ich jetzt ein spell cast you got spell power for days now use it to cast your fireball spell holy dang that was scary no i bet a gifted spirit like you could even charge up the spells it's a good thing you you're natural because soon you will face a real threat meet me in the next room for combat training jetzt geht's uns eingemachte physical weapons project spirit spiritual forms here try channeling the power in that little dagger of yours yeah show me your dagger skills remember to okay again but firmer this time and don't forget to use the right stick to aim yeah that's again again well done that was a great that was great slashing let's move on to boots 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 affect the way that you dash try it good going kids you can even chain two dashes in a row do it now you're a prodigy it took me weeks to learn how to dash like that ah pack of skull slimes kill them yay we did it amazing performance way to go you and you and me we gotta stick together together i think meet me in the next room for some special training we special training this room has a giant hole so i guess that's where the lesson ends just kidding i actually know a way to get across then sucks mir you can consume ability orbs to power up eat this power orb the spirit tether a special kind of ability or to gain a new skill that will let you cross this pit nice going kid but don't get cocky it's time for the real test of skill use your spirits your spirit tether to cross this pit and meet me in the next room that is this yeah we this is cool um that was pretty good but you might even be as powerful as i am someday all right i'm done with you for now take these cards no cotton soldier found a chaos card soldier here blasting bracer fireball spell book equip in lobby at chaos okay maverick was macht er harder floors ah okay das ist so eine art perk um you found a chaos card holiday easier floors i took the liberty of equipping soldier that will give you some slightly better gear to start but you can always change it later one other thing before you can truly learn my lessons you must forget everything you know take this potion of unlearning natur could not drink it perfect your blank slate again just take this key and open up the elevator this probably isn't what you had in mind when you left home but it's time to start your adventure good luck start gross start rone stop 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 okay auf, auf und davon oder gibt es einen Timer auch vom spielerischen her vom Wackeln des Bildschirms aus würde ich sagen das hat was von Nuclear Throne Power Orb, Teleport Teleport Power Orb was ist das jetzt? ah, und dann kann ich mich dort hin porten okay ach, die lieben ich habe nur mehr zwei eben das ist jetzt auch nicht allzu viel Level Up Level Up hört sich gut an Scroll of, ouch Friendship now floor cleared sehr schön scroll of friendship acquired was habe ich hier? he found a KSK stalwart no knockback when taking damage ok floor 2 ich hoffe der Timer setzt sich wieder zurück sonst habe ich jetzt nur noch 15 Sekunden nein, ok, der setzt sich zurück sehr gut oh, da kommen viele oh, das wackelt You died, I wanted to restart from the beginning, aber ich soll doch irgendwo die Karten equippen, vielleicht sollte ich etwas langsam aber am nächsten Mal, was ist das, ouch, iron pad affinity, was auch immer, oh, die kämpft mit, das ist cool, Level up, ah, hier kommt der Schlüssel angehüpft, okay, zweiter Level, 19 Monster, sollte wozu schaffen es sein, oder, da sind wir noch 18, genug Zeit, okay, so, nicht weg, Power Attack, die Tata, das will ich gern, ich habe keinen Charge mehr, gut, nur ein Leben, sehr schön, sehr schön, rapier soul equipped, ja, machen wir, Floor Nummer 3, da ist jetzt ein Vogel, heißt das ein Boss oder, ah, 800, ich habe 76, okay, aha, you knew, welcome to your ruin, I mean the ruin, the ruin, now that I know you're not a poser, I'll leave the blue door in the lobby unlocked for you, I'll even give you some seed cash, if you come in that way, also, das ist ein, äh, ein Shortcut quasi, nehme ich an, ich kaufe jetzt trotzdem nichts, ah, ich kann mit dem Vogel reden, you're not a poser, I detest a poser, okay, ich kaufe nichts, kann auch nichts kaputt machen, dann, ab in den Tower wieder, Floor Nummer 3, ah, der ist, die Buff ist auch cool, wäre cool, wenn ich nicht gestorben wäre, ähm, kann ich sonst noch was machen, Warp to Lobby, okay, Warp to Lobby, ja, genau, aha, Tag, oi, New Blood, okay, jetzt kann ich mit dem, wäre aber schön, wenn ich, äh, sehen könnte, was da los ist, das ist jetzt, dieser Shortcut, Chaos Matt, hier kann ich, okay, da kann ich so, Karten rein, no knockback, when you take any damage, da kann ich's, äh, leichter machen, was ist das, aha, da ein bisschen Gier, hier könnte ich's schwerer machen, will ich aber nicht, okay, return to the lobby, yes, dann, gehen wir, gehen wir gleich mal zum Shop, genau, und zwar hat ihm jetzt 200 G gegeben, ähm, vielleicht, vielleicht eine Waffe, vielleicht ist aber auch keine hier, naja, da müssen wir wohl, wohl oder übel, so, weitermachen, shocking feedback, lightning stormwind hit, okay, ja, genau so, ich wollte's nochmal ausprobieren, das war, nicht besonders, lange, ach, so fang ich wieder vom ersten an, okay, dann einen, einen schönen Run noch, ähm, ja, ja, genau, ich muss mir, das Dashen benutzen, sehe ich schon, was haben wir hier für ein, Flying Boots, oh, okay, aufsammeln, weiß ich nie wofür es ist, oh, I can, ah, okay, ja, schön, level up, kann ich jetzt, ja, triple Boots, wir haben hier noch, noch immer 13, 13 Monster noch, wo geht's weiter, okay, 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 und, wo geht's weiter, und, und, Ach, calm down with all these fireballs, ach, ich hab null, die Zeit ist um deswegen. Gain extra time, ja, das wär, das wär schön. Okay, so bekomm ich immer, immer weitere kleine Perks, die mir das Leben für spätere Runs leichter machen, das ist schön. Grundsätzlich sehr lieblich, das hab ich schon. Okay, 6 Kin, oh, das hört sich auch gut an. Ach, das will ich. Ach, kann ich ja nicht. Ich muss erst, ich muss, gain a Spinner Pet on each floor. Ähm, ich muss zuerst nochmal aufsteigen. Vielleicht geht sich das aus noch. Hier ist jetzt noch das letzte Monster. Dann. Ach, geht das schon? Max Health Up, schön, jetzt haben wir schon 6. Ach, hier sind wir gekommen, hier, jetzt weiter. Shop, wie viel Kohle habe ich? 72, sehr gut. Da schaue ich gar nicht nach. Oh, jetzt habe ich schon 2 von diesen schönen Dingen. Power Up, Teleport. Oh. Teleport. So. Ach, hier steht 3 von 3 oben links. Ha, habe ich ihm jetzt seinen Schuss in... Ja, zurückgeschleudert. Schön. Das funktioniert auch. Up. Au. Up for a little swap a doodle do. How about something of this for this trade op pendant. Equipped more ability ops traded away blast bracer. Okay. Ah, egal. Versuchen wir es. Ich habe nur mehr 3... 3 Leben. Ach ja. Uh. Ach. 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 Das ging ja schnell. Nur noch 3 Monster. Wunderbar. Nun fast, ich hätte... Hätte ich mir anschauen sollen. Aber gut. Das ist ja ein richtig guter Run. Jetzt bin ich schon im fünften Floor. Hm. Wenn ich den schaffen sollte, dann würde ich einen weiteren Shortcut beim nächsten Shop freischalten, nehme ich an. Aber keine Ahnung ob es so weit kommt. Ach. Potion auf Anleitung. Was haben wir hier? Flag of Friendship. Pets attack more often. Was ist da? Ah. Nein. Das gehört ja zu mir. Das wären noch 16 Monster. Wo kommen denn die her? hier? Ja. Und vielleicht noch nicht. Oh. Das wird eng. Oh. Oh, die habe ich übersehen. Take that fiend. I'm the hero. Take that fiend. für die Chaos Matte. Genau. Extra Time. Wunderbar. Okay. Ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.